Lass uns heute fröhlich sein und ein Fest feiern. Wir verkleiden uns wie an Karneval und tanzen den ganzen Tag. Inmitten des Waldes haben sich viele Leute getroffen, um ein Fest zu feiern. Sie feiern den Beginn des Frühlings. Dieses Bild entstand in der Zeit der Renaissance. Wie du jetzt schon weißt, liebten die Menschen in der Renaissance die alten Geschichten aus der Antike. Darum sind die Figuren auf dem Bild auch keine normalen Personen. Die Frau zum Beispiel in der Mitte des Bildes mit dem roten Tuch in der Hand ist Venus. Sie ist eine Göttin. Die Göttin der Liebe. Und Venus kommt nie alleine. Sie hat einen ständigen Begleiter bei sich. Kannst du erahnen, wer es ist? Genau. Es ist der kleine Junge mit den Flügeln und dem Bogen in der Hand. Das ist Amor. Seine Augen sind mit einer Binde verdeckt. So kann er nicht sehen, welches Herz er trifft. Er schießt einen Pfeil ins Herz einer Person. Dadurch wird die Liebe erweckt. Vielleicht hast du schon einmal den Ausdruck, dich hat Amors Pfeil getroffen gehört. Das bedeutet, jemand ist verliebt. Lass uns noch ein bisschen mitfeiern und schauen, wer sonst noch alles auf dem Fest ist. Lass uns noch ein bisschen mitfeiern und schauen, wer sonst noch alles auf dem Fest ist.